Yo Freunde, das Jahr geht zu Ende. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, bleibt gesund und vielen, vielen Dank für den ganzen Support dieses Jahr, Freunde. Freunde, dieses Jahr hatten wir kranke Projekte über EM, über den EM-Song, Haus des Geldes, Squid Game, Spider-Man, die Spongebob-Videos, Hasbulla. Vielen Dank für den ganzen Support, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsvideos waren. Ich habe jetzt so ein Best-of aus meinen Lieblingszähnen zusammengeschnitten, was in dem Jahr so lustig war und was nicht. Schreibt mal in die Kommentare, welche Szenen ihr am lustigsten fandet. Liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, teilt dieses Video. Dankeschön, wir sehen uns am Sonntag mit dem ersten Video 2022. Guten Rutsch, bleibt gesund, Freunde, und wir sehen uns nächstes Jahr. Ich bin Ersch-Ketchup-Pokémon-Champion. Ich wähle dich, Glumandare. Picochi. Dieser Pokémon ist Picochi. Hallo, Pikachu. Er ist Elektro-Pokémon. Das kriegst du auch, Ketchup. Poco-iPhone und Poco-Belle. Mom. Ich mache deine Mutter klar, wenn du weg bist. Wie heißt diese Pokémon? Das ist Bormaschino-Mai. Bormaschino-Mai. Hallo, liebe Leute. Mein Name ist Markus und willkommen zu einem großen Interview mit dem Messi. Vielen Dank, Herr Messi, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Die erste Frage ist von Didi Boon. Wie ist Ihre Beziehung mit Ronaldo? Können Sie da irgendwie was genauer sagen? Äh, was für Beziehung? Äh, ich bin nix, äh, ich bin nix schwul mit Ronaldo. Ronaldo ist wirklich ein schöner Junge. Und ich habe nix gegen Schwule. Viele wissen nicht, Ronaldo ist auch Albaner und kommt auch aus Kosovo, so wie... Sein Großvater ist Cousin von meinem Großvater. Unsere Streit ist alles. Alles fake, wir verarschen nur alle. Wir sind verwandt und auch sehr gute Freunde. Wir fahren nach Kosovo. Was für Kosovo, was ist Corona? Corona ist vorbei. Sofort, genau. Kommt, ich fahre los. Wollen wir wirklich nach Kosovo kommen? Nach Kosovo, meine Sohn. Ucku, sehr wohl. Hast du Geld abgehoben für Spannhaus, für Urlaub? Warum ich schon wieder? Warum gehst du nicht an einen Baum, den nur eingeplant hat, wo Geld wächst? Ach, stimmt. In Deutschland haben wir einen Baum, wo man Geld einfach vierkern kann. Ja. Einen, komm, wir gehen raus. So, jetzt hole ich raus meine Karte. Hallo, ich habe Navi. Ja, ja, Navi, Navi, hast du uns gebracht in Afrik? Wo sind wir hier? Guck mal, Tschechoslowakie. Tschechoslowakie, wir müssen Kosovo. Ja, da lang müssen wir doch fahren. Ganz falsch, gell, Budapest. Was ist mit Budapest? Jetzt rechts abbiegen, siehst du eine Karte? Guck mal, guck mal, rechts abbiegen. Nimm mal die Karte weg, ich sehe nichts. Sonst brauche ich doch einen Unfall wegen dir. Oh, 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 oh Wie mein albonische Vlogge So weg, ihr Fleck Mein Schein, der schmeckt Jetzt schwingt eure Vlogge Oh, 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 oh Oh, 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 oh Danke lieber Klausi und danke ans Studio Hallo liebe Leute, wir sind hier heute live in Rom Das Spiel Italien gegen die Schweiz Findet ungefähr in drei Stunden statt Die Italiener machen natürlich wie immer Super Stimmung, liebe Leute Aber was mir ein wenig fehlt, sind die Schweizer Wo bleiben die Schweizer? Was mich noch mehr wundert ist Wir haben hier vorhin ziemlich viele Albaner gesehen Die super Stimmung machen Entschuldigung, da haben wir schon einen, liebe Leute Kommen Sie mal Sind wir live im Fernsehen? Ich grüße meine Bruder Afrim und Zorota Dora, ich liebe dir Kurze Frage Albaner machen das Unmögliche immer möglich Was ist das? Ich bin hier in der Tür Heute beweise ich euch alle Ich bin 1,80 groß Meine Freund wird euch jetzt sagen Wie groß ich wirklich bin Hm, ich glaube du bist genau 1,80 Hasbular Hallo Was ist hier 1,80? Ich bin 2 Meter, sag das in Kameras Was? Oder willst du auf die Fresse? Ich bring die um Willst du ihn umbringen in diesem Kampf? Ja Wie willst du das machen? Hä? Wie? Halt die Fresse Und was ist mit meinem Geld? Ich will 100 Millionen für meinen Kampfmanager 100 Millionen auf dich Hasbular, ich schwöre dir, ich habe kein Geld Pass auf, wen willst du verarschen? Ist das die Grenze? Haben die meine Forts gehört? Hayoken Der albanische Bär hat bestimmt was gegen Deutsche Ach, Platz Wir beiden habt mir das Leben gerettet Wir sind nix tot Zum Glück ist nix gekommen Eine wilde Gloroki Der hätte uns alle umgebracht Und was lockt die an? Wenn eine albanische Bär komplett durchdreht Gloroki Ha, zum Glück haben wir alle Folgen von Pokémon gesehen Stimmt's, Markus? Äh, wie? Die schmecken super mit Flie Und wenn ich rieche Bin Flie von Mama Sehr jung, haben wir gesehen Letzte Kram, wie du aussahst, wie ein alter Mann Ich bin der größte gefährliche in einem Mall Ich habe 19 Knockouts in meiner Mixed Martial Arts Karriere Sehen wir dann, wer gefährlich ist Wenn du kriegst mein rechter Haken Bla 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 Sehen wir dann einen Octagon Wenn ich den Kopf kaputt mache, MacGregor Das ist das neue iPhone 13 Let's go Willkommen zu der Präsentation von dem neuen iPhone 13 Mein Name ist Baschkim Ich bin nicht nur Supermodell, Bodybuilder Ich bin auch Chefentwickler bei Able in Kalifornien, Amerik Viele fragen sich jetzt, was ist neu bei dem neuen iPhone? Das frage ich mich auch Markus, was ist überhaupt neu? Mensch Baschkim, du sollst das Ding verkaufen Brauch zu fragen jetzt, verkauf das Ding Mach das den Leuten schmackhaft Sei wie Panzer Traktor 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 Und jetzt Panzer Zack Traktor und Panzer Traktor Brutal Habe ich ihm Krasnitschi? Äh, ja Das Passwort bitte Das ist die VisitCard von Playstation Rufan, los, opolits Ah, ähm, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe Aber könnte ich bei Ihnen ein Spiel spielen? Okay, let's go Hey, gib mir diese Karte zurück, ich will selber anrufen Scheißegal, die Karte kannst du behalten Ich hab die Nummer noch eingespeichert in meinem Telefon, du scheißen Idiot Was geht ab? 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 Markus, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein klar Oh, meine Lust nicht da Du Idiot Ab Prämitale 50, 50, das geht ab Was steht mir zu noch, wie weit er? 50, 50, oder? Grüne Flüsch Was stimmt, da sind 500 Euro auf Boden 500 Euro auf Boden? Ich sehe nichts Grüne Flüsch Du siehst aus wie mein Fuß Guck mal, wie ein Idiot Ja, genau so Ist gut so? Mach mal, als könntest du nichts lesen Was war das? Was passiert mit mir? Wow, Wahnsinnsreflexe Ja, also dann Links, rechts, links, komm Franz Und, komm, komm Pistole Das war mit Haki Heide, Bismillah Spine Kamehameha, Heide Scheiße Bier, zwei Wuppa Was willst du machen? Ich will Ans Theater Du bist als Schauspielerin wirklich scheiße Wirklich? Ja, normal Du wirst niemals Schauspielerin Du bist Größer, als du aussiehst Du hast einen Popel Hoppa Ach Hoppa Du bist ganz schön schwer verzockt Hey, nehmt euch ein Hotel, liebe perverse Schweine Warten Sie Wer sind Sie? Du weißt, wer ich bin Ach ja? Ich bin Tarzan, du schöne Mädchen Hopp, eine Salto Heide, Bismillah angekommen Ist der Pai Tim zu Hause? Pai Tim? Opa Pai Tim, bist du das? Niemand zu Hause Hier stinkst nach Scheißen Wer hat gefurrt? Spider-Man Die sind kacke Kacke Ich gebe Ihnen 200 Dollar für alle Ich will tausend, du Idiot Dann bringen Sie die woanders hin Leck mir Hinsetzen Hallo Pai Tim Na, wie geht's ihr? Mary Jane gehört mir Sie ist jetzt meine Freundin Ihre Lippen schmecken nach Tomaten Heide, Heide Pupenau Ich glaube, du bist was Besseres, he? Weil dein Vater ist Millionär Du hast ihn getötet Pai Tim Unser kleiner Harry aus Morne Heide Haben Sie heute Geburtstag? Oh nein, mein Schwager ist gekommen mit seinen ganzen Kindern und wir wollen morgen nach Kosovo fahren Sie fahren nach Kosovo? Ja, morgen früh Super, super Entschuldigung, ich werde Ihnen jetzt ein paar Euro Feigen geben, bin gleich zurück Ich passe auf Ihre Hausauf, Frau Krasnichi, kein Problem Ich bin Poliz Wer ist da? Ich bin es, die Schlonge Hast du kurz Zeit? Ah, und was willst du von mir, du Schlonge? Mein Onkel sagt, du solltest ihm Geld Und was sagt dein Onkel, muss ich dir geben? 2,50 Euro Ich will dir dein Geld geben, Schlonge, wirklich Aber meine Kalaschnikov sagt was anderes Sofort runter von meinem Grundstück Du mit deiner schwulen Mütze Langsam, bitte langsam Ich zähle jetzt ganz langsam bis 10 1,2,10 Der Rest ist für deinen Onkel, du fetter Schwein Marr Ah, frem, ich habe den perfekten Plan, wie Michael Scofield aus Prison Break Und jetzt guck zu, Afrim Die Alarmanlage von Familie Moller wird angehen Jetzt Warte, 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 Afrim Das Haus von Markus Jetzt Wow Jetzt kommt das Beste, Afrim Das Beste Haus und Straße Das ist wirklich wunderschön Albanische Familie Millionärer Goldschmuck Diamanten Sojok Vielleicht finden wir auch ein paar schöne Aktien Oh, ja Und vielleicht ein paar Bitcoiner Das Haus von Familie Krasnitsche Ja Bist du bereit? Hehehehe Barsch, Kim, ich habe Scheiße am Schuh Afrim, du bist zu laut Komm, Afrim, wir gehen zum Hinterreingang Machen die Tür kaputt Machst du schneller Du hast doch gesagt, die sind in Urlaub Sie sind heute geflogen nach Koso Schnell weg Komm, wir verschwinden Mom, bitte komm nach Hause Mist ist läst, es ist läst, uns Da ist läst, es ist läst, es ist lästt